ich bin mal kurz anders beschäftigt ich bin mal kurz anders 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 dann habe ich einfach gemessert das schwert ist schon geil die kappe könnte vielleicht ganz gut sein die kann ich mir dann nämlich noch anziehen gut, da habe ich jetzt mit einer Bettpfanne angegriffen, so wie es aussieht ich bin mal kurz anders Ahem. Wie er einfach wie ein Baum fällt, ey. Ah. Ah. Ja, ich werde mal den Spielpunkt abwarten, bis ich die andere Taste gefunden habe. Was war das denn nochmal? Ja, man kann ein Journal schreiben. Mann. Ich vergesse mal, welche Taste das war. Oder geht das jetzt nicht auf, weil ich das nicht aufmachen soll? Ah, hier. Was ist es? Ja. Ja, Kohärenz dauert noch ein bisschen. Das muss ich skillen, bis der das kann. Kann. Ja. 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 Nimm mal zwei mit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 so knapp vier stunden gebraucht unter der voraussetzung dass ich halt schon ja das level kenne sozusagen beim ersten mal habe ich wesentlich länger gebraucht die gibt es auch so portale wo man durchgehen muss um weiter zu kommen und da kommt man dann aber auch nicht mehr zurück also ich würde sagen das ist immer noch das erste level aber das zweite ebene sozusagen wenn man das mal in dem kontext sieht also mit der map die ich habe kann ich jetzt schon nichts mehr anfangen kann sein dass ich hier irgendwas vergessen habe so Garantiert noch irgendwo ein Schlüssel. Jetzt bin ich wieder in der ersten Ebene. Ich brauche mal kurz eine halbe Minute. 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 Hier bin ich halt noch nicht so oft langgelaufen. Im ersten Level schon eher, wenn man da auch am Anfang öfter mal drauf geht. Gerne mal. Da lernt man das dann schon kennen. Ich brauche mal kurz eine halbe Minute. Jetzt brauche ich es noch einmal durch. Ich habe definitiv irgendwas übersehen. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier bin ich gar nicht gewesen Ich dachte, hier steht noch einer, aber es ist nur Schatten von irgendwas Eine helle Bade Die kann schon gut reinknüppeln, ich nehme die mal mit Die Stange schmeiß ich mal raus Oh ja Der habe ich zusätzlich angezogen, oder? Oh ja 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 Ich würde ihm gerne noch ein paar mehr Sachen geben Aber ich habe Schiss, dass der irgendwo mal runterfällt Das kann schon passieren Hier sind überall so Abgründe auch Und manchmal fallen die da einfach runter Aber den Helm Ich würde ihm mal raus Ich würde ihm mal raus Und dann Ich würde ihm mal raus Und dann Ich würde ihm mal raus Und dann Und dann Ich würde ihm mal raus Oha, ein Sockt Lederweste, ein Potted Cap. Untertitelung des ZDF, 2020 Aynı Box Untertitelung des ZDF, 2020 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 Auch so geile Sachen wie, dass du dann ein Feuerschwert hast und sowas, dass das brennt dann, macht nochmal zusätzlich Schaden und man braucht dann auch keine Fackel mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 Er hat ja auf den Schlüssel geholfen. Ja, da war ich gerade eben drin. Ja, da war ich gerade. Ja, da war ich gerade. Nee, ich drehe mich im Kreis. Äh, ich bin noch... Eben da gewesen, war das hier? Ja. Oh, ja, ich kann mich an die Stelle erinnern und ich sehe da einen Typ. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Er ist runtergefallen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber wenn ich mich recht erinnere, muss hier eigentlich irgendwo ein Heiltrank sein. Schleuch Nummer zwei. Okay. 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 Hab ich hier schon reingeguckt? Okay. 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 Vorsichtsstufe. Ja. Glaub ich. Ein tanken Wässer sogar. Ja. 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 Das ist nur noch ein Klo. 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 Das ist nur noch ein Kompass. Das sind, glaube ich, Schulterstützen oder Ellbogenschützer. Auf jeden Fall nicht verkehrt. Das ist nur noch ein Klo. 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 Oh ja, was ist nur noch ein Klo. Das 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 sind nur noch ein Klo. Der hat für nous ce sola. Sieht nicht so aus. Uh, yes. Warte mal, der Typ kann ja auch... Warte mal, der Typ kann ja auch... Ja, einen Brustpanzer hätte ich auch gerne, aber die sind auch alles ziemlich im Arsch. Heavy Meshit. Extremely Worn. Ich könnte einen Orb benutzen, um die vielleicht ein bisschen aufzuwerten noch. Boah, die spare ich mir für später. Ich weiß, sei... Oh no, besser das Zeug gibt irgendwann... Oh no, besser das Zeug. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hoffe, einer von den Schlüffeln passt für die andere Tür Untertitelung des ZDF, 2020 Wir werden es gleich rausfinden Wir werden es gleich rausfinden Ich spiele zwar jetzt sechs Stunden, aber ich bin schon echt platt gerade Ich bin schon sechs, wie ich wiederal... ich glaube hier noch einmal durch da brauche ich nicht lang ich bin hier eben rausgekommen ich glaube da wo das gatter war oder ich bin hier ich bin hier hier war die waffenkammer jetzt mal ich habe hier was übersehen einfach so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, ein bisschen geht noch 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 Ja, ein bisschen geht noch